Hallo und herzlich willkommen bei RedDogCampbell. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Black Desert Mobile. Ich habe es schon heruntergeladen und vorhin ging das Spiel nicht. Ich habe es schon mal heruntergeladen, da ging es nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt warum geht das nicht und dann kam ich auf die Idee, ich schmeiße ein paar Spiele runter und installiere es nochmal neu. Ich habe ein paar Spiele runtergeschmissen, also ein bisschen mehr Platz gemacht, weil mein Speicherplatz war voll. So ein Mist. Aber jetzt geht es ja. Und wir schauen uns das Spiel an wie es ist. Oh, das dauert fünf Minuten. Ich mache gerade. So, wir haben ein Update gemacht und nach dem Update kam gerade noch ein Update. Ich hoffe mal jetzt kommt kein Update mehr. Sonst hätte ich wieder Stopp machen. Kommt schon, gerade ging das schnell. Ah, noch ein Update. 99. Schauen wir uns das mal an. Ich denke so wird das Spiel sein. Und wenn es gleich nicht wieder geht, dann mache ich da Start, wo, wenn das Spiel läuft. Es geht nicht. Bis gleich. So, ich bin leider nicht weiter gekommen wie dieses Update. Bei dem Update stürzt du irgendwie mal wieder ab und fängt wieder von neu an. Deswegen werde ich leider hier Schluss machen. Aber wenn das Spiel so aussieht wie hier oder wie den kleinen Video, was ich vorgemacht habe, dann sieht es sehr interessant aus. Dann ist es ja so eine Art Rollenspiel. Und ja, ich werde mir jetzt mein Ticket abholen, weil ich habe es die ganze Zeit hier jetzt laufen lassen. Das sind 10 Minuten bis ich das Ticket habe. Das wäre auch eine Art, wie man zum Beispiel an die Tickets kommen könnte. Man geht nur bis dahin, wo man Download macht. Lässt es 10 Minuten laufen und dann ist es fertig. So, das war mein Spiel, was leider nicht geht. Also wieder ein Fail. Na gut. Deswegen hat es auch nicht so lange gedauert. Aber ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin bis zu euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.